Wenn sich eigentlich konkurrierende Unternehmen über Preise, Kunden oder Gebiete abstimmen, dann bilden diese ein Kartell. Kunden haben dadurch keine Auswahl mehr und der freie Wettbewerb ist damit eingeschränkt. Das Gleiche gilt, wenn ein Unternehmen eine merkbeherrschende Stellung hat und damit die Preise diktieren kann. Deshalb gibt es quasi überall auf der Welt entsprechende Kartellgesetze. Es kann aber durchaus sinnvoll sein, dass konkurrierende Unternehmen in bestimmten Bereichen zusammenarbeiten. Automobilhersteller könnten gemeinsam einen Standard für Ladesäulen für Elektroautos entwickeln. Versicherungsunternehmen können in den Bereichen Statistik und Studien kooperieren, die den Versicherten zugutekommen. Wann sind also Kooperationen und Informationsaustausch kartellrechtswidrig? Wie bei vielen juristischen Fragestellungen heißt die Antwort, es kommt darauf an. Das Kartellrecht unterscheidet prinzipiell drei Konstellationen. Wir sprechen von horizontalen Wettbewerbsbeschränkungen, wenn sich zwei Unternehmen auf derselben Marktstufe abstimmen. Also beispielsweise zwei Automobilhersteller oder zwei Erstversicherer. Ganz klassische Kartellrechtsverstöße wären hier Preisabsprachen, Markt- oder Kundenaufteilung, aber auch der Austausch zukünftiger Strategien. In solch eindeutigen Fällen spielt es auch keine Rolle, wie viel Marktanteil die Unternehmen gemeinsam haben. Denn das sind sogenannte Hardcore-Absprachen. In weniger eindeutigen Fällen müssen die Unternehmen zusammen mehr als 10% Marktanteil haben, rechtweige Vereinbarungen kartellrechtsrelevant werden. Es könnten sich aber auch Unternehmen unterschiedlicher Marktstufen absprechen. Beispielsweise ein Rückversicherer und ein Erstversicherer. Oder ein Erstversicherer mit Maklern. In diesem Fall spricht man von vertikalen Wettbewerbsbeschränkungen. Es spielt für das Kartellrecht übrigens keine Rolle, ob die Unternehmen schriftliche Verträge schließen oder nur mündliche Gentleman-Agreements treffen. Selbst wenn sich zwei Wettbewerber am Markt nur gleich verhalten, beispielsweise wenn sie ständig gleiche Preise anbieten, unterstellen die Kartellbehörden ein abgestimmtes Verhalten. Und die Unternehmen müssen beweisen, dass dem nicht so ist. Die dritte Form von Kartellrechtsverstößen ist der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. In der Regel gelten Unternehmen ab einem Marktanteil von 40% als marktbeherrschend. Wenn diese unangemessen hohe Preise fordern oder mit Kampfpreisen Wettbewerber aus dem Markt drängen wollen oder vergleichbare Kunden unterschiedlich behandeln, dann stellt dies einen Verstoß gegen das Kartellrecht dar. Und die Strafen können sehr drastisch sein. Verstöße gegen das Kartellrecht können zu persönlichen Bußgeldern von bis zu einer Million Euro führen. Und Unternehmen drohen Strafzahlungen von bis zu 10% des Konzernjahresumsatzes. Was bedeutet das nun für jeden Einzelnen von uns? Achten Sie darauf, dass Sie vor allem im Kontakt mit Wettbewerbern, aber auch mit vor- oder nachgelagerten Geschäftspartnern keine wettbewerbssensiblen Informationen austauschen, die Rückschlüsse auf das jetzige oder zukünftige Marktverhalten zu lassen. Wenden Sie sich im Zweifel an unsere Compliance-Abteilung. Wir zählen auf Sie.